Und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, bei hier Dingens. Ich will mal Savage's Land sagen. Oh Gott. Damit kannst du nicht vergleichen. Also was los? Nein, nein, nein. Zurück bei Reign of Kings. So, ich gehe mal hier zu den Gesteinsformationen. Bist du noch da, wo wir gerade waren, Nico? Ja, ich bin gerade Baumjagen. Okay. Laufen ganze Zeit weg. Was habe ich denn hier jetzt gefunden? Flowers? Ich bin hinter dir. Okay, ich guck mal, ob ich hier gegen den Stein gehen hau. Iron kriegt man da. Eisen. Was? Eisen? Eisen. Muss man bestimmt brennen, aber... So, ich gucke mal. Hast du Holz gesammelt? Holz sammle ich jetzt auch noch ein bisschen. Ja, ich habe jetzt 145. Dann können wir uns vielleicht mal ein Lagerfeuer machen oder so. Ich will jetzt als erstes eine Spitzhacke craften hier. Ja, mach mal. Und zwar brauche ich da noch ein paar Steine für. Ich habe zwölf, aber ich brauche 25. Dann such doch mal hier an dem Hang. Hier waren ja auch gerade so viele. Ja. Man kann über Menschen rüberspringen, ey. Sehr geil. Nies, die Steuern werden ja gleich beim Hacken des Holzes abgezogen. Was? Böser König. Und der kriegt gleich alles ins Arschloch geschoben, ey. Deswegen müssen wir stürzen. Wir haben andere Sachen vor, ja? Oh, hier haben wir fangen, sind richtig viele Steine, glaube ich. Ja. Nice. Wir wollen natürlich die Dingssteuer einführen in die Drei-Tage-Woche. Und so weiter und so fort. So, wollen wir hier beim Iron in der Nähe uns aufbauen? Weil dann gucke ich mal, was wir hier so Schönes bauen können. Ich habe eine Spitzhacke. Was ist das denn? Amor? Alter, geil. Oh, geil. Geil, ich kann mir mal eine Dings craften. Cool, jo. Alter, hier sind so viele Steine. Eine Hose wäre ganz geil. Oh, Flachs brauchen wir noch hier. Oh, eine Hose wäre ganz geil. So cool. Die jungen Gesellen da vorne waren echt nicht schlecht. Ja, die waren nett, ne? Die waren main. Die müssen keine Steuern zahlen. Mal gucken. Die Gemahnen ziehen plündernd durch die Lande. Hast du wieder Flachs gefunden? Flachs ist auf dem Boden, das. Ja, ja. Das trägst du, wenn du Hühner schlägst. Ich habe Flachs dabei jetzt für 49. Ja, da kannst du ja selber Rüstung mitmachen. Dann benutze ich mal für dich lieber. Das sieht aus wie so eine Drogenfarm-Plantage. Sticks. Wo war der denn da drüben? Das könnte Flachs sein, oder? Mal jetzt mal ohne Flachs. Sticks. 12, Iron, 17, 23, 35 schon. Gehen die Waffen eigentlich kaputt? Gibt es da eine Haltbarkeitsanzeige? Ach du Scheiße. Ich verliere Energie. Wow. Was brauchst du? Da musst du essen und trinken. Ich kann essen und was machen, glaube ich. Ich kann braten. Ja, ich habe hier noch Berries. Die haue ich mir jetzt rein. Ja gut, die musst du dann echt reinhauen. Hier ist ein Ofen, vielleicht kann ich schmelzen. Das wäre natürlich... Oh, ein Eichhörnchen. Ein Hase. Was weiß ich. So, jetzt habe ich aber keine Berries mehr und das wird ja nicht Ewigkeiten halten hier. Ja, Wood kann ich benutzen und dann Eisen hier. Input. Ah, ich habe Kohle erhalten. Ja, der craftet das jetzt, ey. Was macht er denn? Eisen. Er brennt jetzt gerade. Sehr gut. Ah, hier ist noch Steak drinne. Coke, Meat. Oh, geil, nimm mal raus. Hey, da zwei drin oder einer? Hier. Ja, cool. Dann kannst du das vielleicht mal gleich splitten. Weil ich brauche unbedingt, glaube ich, was zu fressen. Nicht, dass er dann Durst kriegt, ey. Das wäre mies. Dann sehe ich ja. Hier ist eine Kiste. Ah, nix dran. Oh, hier ist ein Bogen drauf, aber kann man nicht nehmen. Wie das, Sticks. Hier ist irgendwie kein Flux, äh, Dingens. Egal. Flux war auf jeden Fall bei den Hühnern. Das weiß ich. Ja, da hinten. Also auf der Wiese eher, ne? Ja. Beim Wolf. Waren diese weißen Dinger, die wie Steine aussahen? War das nicht der Flux? Flux waren keine Steine. Das war, ähm... Ja, diese Teile, die aussehen wie Steine. Ja. Ja. Das sind diese Dinger, die aussehen wie Steine, ja. Ich finde, weißt du, was ich finde? Der Tag-Nacht-Wechsel ist ganz schön kurz. Könnte ein bisschen länger sein. Oh, Alter, Eisn haut richtig lange im Ofen. Eins dauert 17 Sekunden oder so. Ne, oder länger. Ist okay. Ist dann okay. Alles chillig. Ah, da hinten ist ein... Hase oder Huhn oder sowas. Gleich mal schlachten. Ey, das ist echt geil, das Vier-Game, ne? Wenn du das in so einer Gruppe spielst. Kann man bringen, auf jeden. So, Hose an. Schuhe an. Gleich springt leider kein Wasser. Wieso denn? Äh, 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 Handschuh. Geht auch noch, klar. Ja, sehr geil. Das sieht ja voll assi aus. Aber egal. Kann ich mir noch einen Helm craften? Ich habe jetzt zwei Eigen-Ingerts. Du bist noch da hinten bei diesem kleinen Lager, was da irgendwer gebaut hatte, ne? Ja. Ja, warte, ich komme. Also direkt an der Straße ist vielleicht nicht ganz so schlau für die Zukunft, aber... Ja, aber für kurze Zeit. Ja. Versuchen mal an den großen Stein zu hauen, vielleicht bringt das ja was. Ja, irgendwie müsste man an Steine kommen, ne? Also, äh, kann ja nicht sein, dass hier einfach nur so rumliegen und Iron kann man abbauen, aber das nicht. Das wäre ja... Das wäre ja wahnwitzig. Bist du das dann mal im Camp, ja, ne? Ja, ich bin das im Camp. Ja. Wo sind jetzt nicht... Warte noch Flachs. Jetzt bin ich mal ohne Flachs, Leute. Mal hier. Ne Flachs, Leute. Oh, das ist ein Schmetterling. Töte! Töte ihn! Eindringling! Tyronimo! Ne, da stein ist echt nur zur Dekoration da. Das ist doch nicht wahr. Hier ist überall Iron, ne? Ist voll geil. Eisen ist auch alles im Ofen drin, da kannst du mal gucken. Was ist denn der Ofen? Welches Gerät hier? Ach, der große, der hier brennt. Ja, schon gut. Einmal E drücken, dann müsstest du es. Iron. Hier, ich gebe dir ein bisschen Fleisch. Ein Iron Bar. Wo bist du? Da. Ja, hau mal hin. Warte. Hier ist ja auch ein Brunnen, da können wir Wasser holen. Ja. Mal pumpen ein bisschen hier. Da kann man im Stundeneimer oder so reintun. Ich brauche Kohle dafür. Wofür? Das Ding hier. Dreht es sich aber. Inputs. Use is a filter. Achso, Kohle braucht man zum Filtern von Wasser. Okay. Nimm dir doch welche raus. Da war doch noch welche drin. Ja, ja, ich habe Kohle schon. So, dann schaue ich mal hier ins Dings. Potion of Blah, Potion of Schieß mich tot. Containers, Woodchest. Da hinten ziehen welche durch die Lande. Ne, das sind Tiere. Tiere. Da können wir ja jagen gehen. Gucken mal, dass wir vielleicht einen Bogen herstellen können oder so. Das wäre natürlich richtig nice, ne? Ja. Melee-Waffen. Ja, es gibt Weapons. 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 Was gar nicht hart, der mal gesagt hat. Weapon. Du musst einen Weapon erquitten. Ne Fackel. Mal craften. Ey, wir können sogar wem fangen. Ich kann so ein Seil machen, dass ich wem fangen kann. Ja, sehr geil. Hier kann man einen Bogen herstellen. Wo? Hier am Bogentisch. Ja, hier kann man Advanced. Weapons. Was braucht man dafür? Für den Bogen? Ein Wip. Ne, den Bogen kann ich irgendwie nicht. Harvesting Tools. Stone Pick Eggs. Stone Hedge. Jetzt kannst du eigentlich die Stone Pick Eggs jetzt schon herstellen. Ja, 25 Steine. Junge, 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 Junge. Stone Pick Eggs. Ich kann. Ich brauche nur Holz. Ich brauche nur Holz. Oh, ich kann sogar eine Weib machen. Ne, ich brauche das für ein Leather-Hide. Äh, Tür. Ein Dungeon bauen. Was brauche ich dafür? Dann. 450 Wood. Und dann sperren wir den Markus ein, wenn er kommt. Oh, Output Wasser. Ah, hier ist der Bogen. Wooden Short Bow. Flux! Ich gehe Flux sammeln. Wieviel brauchst du? 70 Flux. Komm, ich glaube, ich habe... Warte, ich kann einen machen. Ja, dann mach dir einen. Ich sammle mal Flux. Hier ist ja noch voll viel. Da kommt einer von Weitem. Wo ist denn der Bogen? Ganz unten, ne? Ne, irgendwo in der Mitte. Hier steht einer rum auf dem Feld, ne? Aufpassen. Wooden Short Bow. Ja, genau. Mach ihn. Tu es. Ja, ich brauche nur ein bisschen Holz. Dann gehst du hier schnell schlagen. Der klaut gleich unsere Iron Bars und so, weißt du? Ja, ich hau den dann. Voll ins Gesicht. Habe ich jetzt 70 Flux? Oh, das ist irgendwas geflogen. Das ist aus wie eine Sternstabula, ein Projektil von Spielern. Jetzt mach keinen Scheiß. Der sah noch nicht so weit aus. Hat dann auch nicht mal eine Rüstung an. Ey, verdammt, ey. Ich hasse so eine Spiele, ne? Weil sobald man ein kleines bisschen irgendwas hat in so einem Spiel, dann ist man gleich so, äh, ich will nicht sterben. Aber das ist das Gute. Ah, ne, der ist schon weggelaufen, glaube ich. Der ist gerade bei mir langgekommen. Das ist das Gute, finde ich, an solchen Spielen, an diesen Survival Games, die sich auch Survival Games nennen können. Ich rede jetzt nicht von The Savage Lands. Ey, es tut mir leid, das Spiel hat es vielleicht auch gar nicht verdient. Der, äh, der Troplay, der spielt das ja auch gerne. Und ich gönne ihm auch jede Menge Spaß. Aber bei mir hat es einfach nicht Klick gemacht. Und bei Yoshi und bei, äh, bei Markus auch nicht. Ja, vielleicht ist es später noch ganz geil. Wir gucken dann auch nochmal eventuell rein, so. Aber mir kam es halt vor, wie ein Sammelsurium geklauter Sachen von anderen Spielen, dass irgendwie nicht alles so nicht richtig zusammengepasst hat. So kam mir das einfach vor. So, wo kann ich denn jetzt, äh, Projektile machen? Ähm, auch da dran. Ganz unten. So, jetzt müsste ich auch herstellen können. Ist die Bank jetzt... So, du, Allah, hast du mich gerade erschrocken? Nee, nee, ja, ja, ich habe mal aufgepasst. Main, mein, mein Gott. Main Gott. Mainigen Gott. Ja. Croft. Juhu. So, ich, Pfeile, was wollen wir für Pfeile? Äh, warte. Es gibt unterschiedliche Arten. Stahl. Ben doch. Stein. Stein habe ich genügend. 41. Oh, man braucht Federn. Wo kriegt man die denn her? Ich habe die dann, ich habe die dann, 145. Na, zehn Federn brauchst du, also für, für ein Woodbow. Äh, für, für Wood Arrows brauchst du zehn, äh, Federn, fünf Holz und fünf Steine. Oder Iron kannst du auch. Brauchst du ein Iron Bar für... Was ist immer dieses Wood Tax, was wegge... Minus eins irgendwie immer. Das ist die Tax, die, äh, Steuer, die der König abzieht. Ach so. Du hättest eigentlich mehr abgedeckt. Der kann die ja hochtreiben, glaube ich, bis auf 20 oder 30 Prozent. Ich weiß es gar nicht. Genau. Was kann man hier machen? Sexy Man. Sexy Man, ja. Sexy Man. Oder so. Meine Güte. Hey, Baum fällt um mich, ich mach weiter. Eine geile Melee-Waffe. Eine Vibe wäre richtig geil. Ey, eine Peitsche, wie geil ist das denn, ey? Das ist eine Peitsche. Eine Stone-Pick-Ex. Also man kriegt aber pro einmal herstellen zehn Pfeile. Ach so. Da kannst du mal vielleicht zwei... Ja, dann gib mir doch mal zehn, zwanzig ab oder so. Das reicht mir, reicht ja vollkommen nur, dass wir uns wehren können halt und vielleicht ein paar Tiere jagen. Wenn das Spiel cool ist, kann man die Pfeile auch später wieder einsammeln in den Tieren. Das ist zum Beispiel bei Rust geht das, ja? Ja. Kurz hier meine Hausschuhe wieder anziehen, die haben sich verselbstständigt. Und dann könntest du dir mal ein bisschen Flak sammeln vielleicht noch und dir mal eine Rüstung craften, damit du nicht gleich down gehst, wenn wer kommt. Ich hab die Pfeile irgendwo hingeschmissen, glaub ich. Nee, die liegen ja nicht. Du hast nichts verstanden. Doch, da unten, unterm Tisch. Außer Mensch, die bekommt man nicht mehr. GG. Wehe. Ich komm nicht dran. Alter, wie sind die denn da durchgebracht? Ich hab nach hinten gedreht extra. Ah doch, ich hab sie, ich hab sie. Ja, dann dreh dich mal hier, komm mal hier hin. Oh, warte. Mal kurz nochmal. Dann auch eine geile Milli-Waffe und dann hat sich das da. Danke, ey. Cool, danke Nico. Bitte. 40 Pfeile, ja. Hier haben wir es doch. Flaks braucht man dafür und Wood. Um Wasser müssen wir uns auch gleich noch kümmern, damit wir was trinken können. Wasser hab ich drei Tropfen, also. Drei Tropfen. Ja, ich zeig dir mal gleich, was ich mit Tropfen meine. Komm mal her. Ja, okay. Ja. Drei Tropfen. Äh, wie geht das denn? 1000 Milliliter. Ja. Ist ja der Hammer. Ich guck mal, wie viel ich davon kriege, wenn ich jetzt hier... So, hau rein, Keule. Drinking. Das ist nicht schlecht, ist echt nicht schlecht. Hast du eine komplette Rüstung? Ja, ja, ich hab, außer Helm hab ich mir alles gemacht. Helm ist gay, hab ich jetzt beschlossen. Und der Helm braucht er auch, glaub ich, am meisten. Ja, aber Flaks ist überall hier auf der Wiese. Kannst du dir, wie gesagt, das aussieht wie Steine. Kannst du dir reinziehen. Und dann passt das. Und so, ich guck mal, was unser, äh, Eisen macht. Cooked Bird ist auch schon drin. Ja, den hab ich reingetan. Ja, der Hammer. Soll ich dir die Hälfte mal abgeben? Aber die Alten sind trotzdem Platz im Inventar weg. Das ist logisch, aber blöd. Ja, das ist halt so. Ja, ne, ne, aber das find ich ganz gut eigentlich. Ach so, du meinst, du meinst, die du anziehst. Ja, das ist, das ist eigentlich gar nicht logisch, weil die Tricks ja im Körper und nicht in deinem Rucksack. Also so, ne? Also eigentlich nicht, aber naja, naja gut, vielleicht ändern sie das auch noch. Ja, ich find das aber okay eigentlich, so. Iron Ingot haben wir da noch drin. Geh ich mal mit dem Bogen irgendwo hin. Kann ich den rausnehmen? Dann kann ich mir vielleicht noch ne Waffe herstellen. Kann man den Pfeil wieder aufsammeln? Nein. Ja, manchmal, bei Rust ist es auch nur, glaub ich, wenn er in Tieren steckt, dass man den aufheben kann. Stimmt. So, hier kann man sich so geile Dinge zerstellen. Brauch noch Holz. So, dann holen wir uns den mal Holz. Hier kann man den drückt halten. Auch wenn ich davor wie ein Euro draufgehauen habe. Äh, gib mir endlich etwas. Alter, was willst du, ey. Wie geil. Iron Star Maze. Ja, für alle Spieler verschwören sich gegen den König. Ich muss mir mal kurz ein bisschen Wood holen. Ja, hier, komm her. Ja, hau den doch selbst. Also ich kann auch hier kurz zu dem, ja. Und dann müssen wir mal jagen gehen, ne? Ja. Könnt ihr da wieder hin, wo wir waren? Ne, hier vorne im Waldstück, hier, wo ich jetzt bin, ein bisschen weiter rechts, sind Wölfe, ähm, Rehe gewesen heute Nacht auf jeden Fall. Vorhin habe ich die gesehen, als ich den Flax gesammelt habe. Okay. Da habet euch wohl. Habet euch hol. Wohl. Oh, ein Flax. Die, bitte. Mach keine Flaxen. Äh, ja. Ja, das bleibt hier liegen. Der Rest. Ja, also echt mal ohne Witz, ey. Was ist das für ein geiles Spiel? Wie, dafür, dass es so ein, äh, Early Access Spiel ist, wie weit das schon ist, ne? Ja. Es wird sie auf jeden Fall. So. Ich gucke mal, gucke ich da. Ich gucke mal, was wollte ich denn jetzt herstellen. Das wär geil. Ja, nee, aber ich, ich denk mal, wir waren einfach zu hart, weil es ist ja auch Early Access, da kann auch einiges kommen. Ja, natürlich. Natürlich. Ach, das ist Wolle gewesen und nicht. Wool und nicht Wood. Wird schon cool sein, wenn wir hier zu dritt oder zu viel rumlaufen, ne? Ja. Na, dann craften wir mal das hier. So, ich hab dann alles fertig. Ich hab die doch gecraftet, wo ist die hin? Nein! Scheiße. Ja, Kakaidu. Achso, hier. Ach ja, jetzt seh ich's. So. Guck die da. Guck mal. Guck mal. Weitkolben. Bam, ja. Nimm dir doch so ein Iron Bar da raus. Hier. Aus dem Ding. Du hast hier schon. Wenn du aus dem Iron Bar rausnimmst, dann kannst du dir da einen dicken Streitkolben mit ein bisschen Holz bauen. Und ich würde mal sagen, jetzt sind wir hier schon die Könige auf dem Strich auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall alles, was hier drin ist, rausnehmen aus dem Ofen. Machst du mit dem Flachs? Mach keinen Flachs, Alter. Äh, nicht viel. Wie viel? 16 oder so? 27. Hier, hier kannst du haben. Ja, ja. Danke. So, warte. Ich hoffe, das Spielsturz nicht ab. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe mir keinen Timer gestellt. Nee, das Spielsturz nicht ab. Ja, und das war's auch schon für die Folge, Nico. Äh, äh, vielleicht... Warte, 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 warte. Ah, so, nee, es kostet Stahl. Ja, ja. Deswegen. Das ist das Beste. Nee, ich hab's. Ja, du kannst noch eine Axt bauen, wenn du... Nee, nee, ich hab was Cooles. Na gut, dann mach mal. Guck mal. Ah, ein Schwert. Sehr geil. Ja. Ja, ich bin ja eher so der Zwerg von uns beiden. So, nächste Folge gehen wir... Kann sein, dass Nico aufnimmt. Und dann gehen wir, äh... Jagen. Jagen, genau. Alles klar, Leute, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, unterstützt uns. Wenn ihr in unser Königreich mitmachen wollt, dann könnt ihr auch gerne auf den Server kommen. Weil ich vergessen, wie er heißt. Ja, wir schreiben in die Beschreibung, welcher Server das ist. Ähm, äh, in dem Sinne, main bleiben. Und wir sehen uns. Bis dann, haut rein. Tschüss. Tschüss.